Machen wir mal den da weg, dann können wir auch die Kiste flittern. Wegen der Diebe, einfach eine Zauberkugel und Rockbeil. Ja, da hinten sehen wir schon Veteran der Faust. Er ist noch auf Stufe 4. Haben wir da gedacht unsere Rude zu tauschen? Ja, Elftarbeiter Rude 5. Also sind meine Truppen jetzt ein bisschen höher als die meisten Truppen vom Rannigan. So, das Ding ist tot, dann das. Zum Unternetz noch das Darungsmittellager. Also ja, lieber am Anfang ein bisschen Zeit nehmen und das Gebiet sichern. Als nachher das nachsehen haben. Also ja, sobald wir hier alles eingehauen haben. Ne, ich werde erst gucken, ob da oben nicht doch noch ein kleines Lager versteckt ist. Ich werde erst mal weg da, bitte. Ja. 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 Ich sage, was uns gleich bedrohen würde, wäre weg. Zauber, die uns nicht wirklich was bringen. Und ja, hier oben sind nur Bären. Wir werden angegriffen. Okay. Das heißt, die drei aus dem Weg wollen. Dann können wir das Monument aktivieren. Hier ungefähr den Bärensammler hin. Und das Darungslager daneben gleich. Runenkrieger, zu mir! So. Erstmal hier ein bisschen Holzfälder und eine Holzfälderhütte errichten, um da alles abzuhölzen. Und ja, hier oben werden wir dann die richtige Holzindustrie mit dem Meisterholzfälder, dem Förster und dem Sägewerk aufbauen. Also eine Holzfäldergilde oder wie das Ding nochmal heißt. Und da ist der Spinnenmann. Zur Stelle. So sei es. Was ist euer Beginn? Zum Ruhme Ahrens. Zur Stelle. So sei es. So sei es. Die Rune ruft. Die Rune ruft. Das ist hin. So ist es. So ist es. So ist es. Sehr gut. So ist es. Okay, hier unten geht auch noch ein Weg herum zu noch einem Lager. Oder dem Lager halt. Und hier oben geht den Weg lang. Okay. Was ist euer Begehr? Das heißt, erst mal hier hinten eine Holzwälderhütte errichten, die hier alles abholzt. Die Rune ruft. Schon unterwegs. Was ihr wollt. Zur Stelle. Das ist nicht weit. Die Rune ruft. Schon unterwegs. Ja. Okay, du lieferst doch da rein. Die Rune ruft. Dorthin. Die Rune ruft. Wie ihr wünscht. Zur Stelle. Zum Ruhme Ahrens. Was ihr wollt. So sei es. So, hier brauchen wir eigentlich auch nicht so großartig viel Verteidigung errichten. Hier unten können wir hin. Das Bauwerk ist vollendet. Was ihr wollt. Was ihr wollt. Was ihr wollt. Die Rune ruft. Die Rune ruft. So, während geholzt wird, errichten wir einen Bärzammler. Den haben wir gesagt. Nee, der riecht wie hier. Das ist nicht weit. Und da warten wir auch noch, bis wir das Zeug für das kleine Haupthaus haben. Und da riecht auch das. So, erstmal die Waldspäle töten. Das ist ein Hinterhalt. Vorsicht, Gegner. Was ihr wollt. So. Es ist mir eine Ehre. Leichter Kampftäusch, das war's auch schon. Okay. Was ist euer Begeh? Ich eile. Die Rune ruft. Was ist euer Begehr? Was kostet nachher eigentlich der Meisterhäuser 150, okay. Und ja, hier gibt es definitiv eines im Bordkreis. Sprecht. Was ihr wollt. Die Rune ruft. Ja. Zum Ruhme Ahrens. Wir können mal den Bärzammler fertig machen. Fert mich grad so auf. Und ja, die Zeit kann ich mir voll und ganz lassen. Das Bauwerk ist vollendet. Wie gesagt, hier hab ich das Glück, dass ich nur einen Weg habe, wo Gegner lang kommen können. Und mich entdecken können. Tag. Runenkrieger, zu mir! Oh, der dreht sogar wieder um. So, ich kann das kleine Haupthaus bauen. Äh, das mittlere Haupthaus. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann, 40-jahren. Oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. реальnis. 24-jahren. Habe ich gar nicht bemerkt, dass da noch ein zweiter Speer war. So. Was? Ja, das Problem ist halt wirklich, es gibt hier kein Jagdbild. Der ignoriert uns einfach, dann wird halt abgeschossen. So. Jetzt wird nichts mehr geschossen. Zur Stelle. Sofort. Zum Ruhme Ahrens. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ивают Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Rep wunderbroken, Come ConsaaS, mitcticata慎 oranges độ